Hallo und herzlich Willkommen zurück zu SM Street Revelations. Bevor wir loslegen wollte ich einiges erwähnt haben. Es handelt sich nämlich darum, auch wegen meinem Let's Play Verlauf mit SM Street. Ich habe seit einigen Tagen technische Schwierigkeiten. Unter anderem kann es an meine Grafikkarte, an meinen Rahmenspeicher oder sonst was liegen. Ich habe noch keine Lösung gefunden. Es kann da und dort mal zu Lack kommen. Es kann auch zu Soundproblemen kommen. Ich kriege das einfach derzeit nicht behoben. Bitte berücksichtigt sich das. Ich werde aber zum nächsten Teil hin, diese Fehler versuchen zu beheben. Wenn das der Fall nicht sein sollte, dass ich es zum nächsten Mal behoben habe, spiele ich erstmal, bevor ich SM Street die Reihe weitermache, andere Spiele. Keine Sorge, das heißt nicht, dass ich das komplette SM Street rein Let's Play einstaffe und gar kein SM Street mehr let's playe. Sondern das heißt, dass ich mich erstmal auf ein anderes Spiel, was dann flüssiger läuft in der Aufnahme her auch, erstmal einspiele und dann gucken wir hier weiter. Aber lange Rede kurzer sind, bevor wir hier noch weiter lange labern, sollten wir doch definitiv mal weiter hin, äh weiter um unser Ziel noch heute zu erreichen. Unter anderem habe ich auch viele FPS Probleme in letzter Zeit gehabt, muss ich noch dazu sagen. Und ja. Wenn ich die Lösung gefunden habe, sage ich Bescheid. Ansonsten, wie gesagt, wird das irgendwie erstmal eine kurze Zeit pausiert und damit irgendein anderen Projekt weiter gemacht, gestartet oder wie auch immer. Eventuell fange ich Prototype wieder an. Muss das erstmal mit Activision und EA, glaube ich sind die beiden Firmen, die ich da an die Strippe kriegen muss, bzw. kontaktieren muss und abfragen muss. Mal abschnacken, ansonsten gucke ich natürlich in den Bedingungen und so weiter und so fort. Erstmal reparieren wir alles. Dann Rüstung. Oh, neue Rüstung. Sehr schön. Und auch das ist sehr schön. Ach, weile, wie sieht das geil aus. Entschuldigung. Ich lass mich einfach manchmal auch umwerfen mit den Sachen. Na okay, hier gibt es inzwischen sehr viel, was man sich holen kann, logischerweise. Alter, fahr weiter. Ich werde mir definitiv alle Waffen holen hier in dem Spiel. Alle mal zeigen auch. Da werde ich eine komplette Folge machen für extra. Und dann... Ja. Wenn ich dann die extra Folge gemacht habe, ist das komplette Reflations dann auch vorbei. Aber wir sind ja noch mitten in der Story, deswegen würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle weiter und springen dann mal hier rein. Warte mal an. Joachim, geh mal an. Ich bin in der Haus rein. 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 Können wir das gleich nicht machen? So. Entschuldigung, Leute, da ist gerade mit einem Pfarrer reingekommen. Der wollte gerade was wir hier sind, wegen Handnummern. Das bespreche ich aber gleich mit ihm erst. Oh Gott. Zum Beispiel auch hier bei dieser großen Halle habe ich das häufigeren Lags. Ich weiß nicht, woran es liegt, Leute, aber auf jeden Fall geben wir jetzt hier rein. Ich weiß nicht, irgendwie im Versteck allgemein habe ich immer Lags gehabt. Das sind drei Linien dann dran. Oh Gott sei Dank, kein Sound-Bug, wenigstens habe ich das behoben. Das lag daran, dass meine Sound-Karte im PC nicht mehr fest war, die ist runtergefallen. Frag mich nicht, wie das hingehauen ist, also wie das entstanden ist, definitiv steht fest, nicht normal. Das heißt, er schreie im Schlaf. Rufe nach seinem Vater. Dann macht's nicht. Welch ein erbärmlicher Mann. Es ist nicht an uns zu richten. Sicher ist es das. Falls unser Meister von Sinnen ist, so will ich es wissen. Still. Guten Abend. Wasser. Natürlich. Bitte. Habt vielen Dank. Was führt euch her, alter Mann? Alter ihr, Abba. Bedauert Abbas. Verurteilt ihn nicht. Er hat die meiste Zeit seines Lebens als Weise gelebt, beschämt vom Erbe seiner Familie. Er ist besessen von der Macht, weil er keine Macht besitzt. Er ist unser Mentor. Und anders als Al-Mualim und Alter ihr, hat er uns nie betrogen. Ein Unsinn. Alter ihr war kein Verräter. Er wurde vertrieben. Zu Unrecht. Es. Ist es. Seid ihr das? Ich hörte Gerüchte. Jedoch glaubte ich sie nicht. Ich frage mich, ob ich selbst mit Abbas reden soll. Viel Zeit ist vergangen. Unmöglich. Abbas ungehobelte Lakaien halten uns von der Burg fern. Weniger als die Hälfte der Krieger hier sind wahre Assassinen. Nun, wo fange ich an? Bei uns. Rückkehr des Mentors. Alter ihr ist nach zwei Jahrzehnten selbst auferlegtem Exil nach Masjaf zurückgekehrt. Sammeln sie Verbündete und eliminen sie Abbas. Niemanden außer Abbas und seinen Hauptmännern töten. Okay. Heid, wir kämpfen ohne Klingen diesmal. Wir sollen sie nicht töten. Wir sollen sie quasi nur ausknocken würde ich behaupten jetzt. Wollen wir das haben. Ihr nennt diese Männer grausam. Erhoben sie ihre Klingen gegen Unschuldige? Für wahr, ja. Gewalt scheint ihr einziger Spaß zu sein. Dann sterben sie. Denn sie haben die Regel verletzt. Doch wer noch nach dem Credo lebt, bleibt verschont. Ihr könnt uns vertrauen. Hast du die Gerüchte gehört, die im Dorf umgehen? Über Abbas und seine Albträume? Nein, nein. Altair. Was ist mit ihm? Es heißt, ein alter Assassine habe das Reben eines Händlers im Tal gerettet. Er soll eine versteckte Klinge eingesetzt haben. Ach, Gerüchte. Ich glaube das nicht. Wahr oder nicht, sag nichts zu Abbas. Er leidet unter Verfolgungswahn. Was ist mit uns? Nein, kein Unterfluss. Aber Du bist mit uns. Es ist mit uns. Der Berg ist nicht zu verstanden. Du bist hier im Dorf? Du bist hier im Dorf. das sagst in der Burg, schnell. Die Assassinen... Vorher. Wie ich einfach nicht rennen kann. Mentor. Willkommen. Wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Halt auf! Hältet die Verräter! Geht mir nicht um mich! Das ist nichts ohne das Artefakt. Nichts. Oh Gott, sind wir alt geworden, würde ich behaupten. Ich finde das auch sehr schön, das Design von Alter Ia. Ah, sieht schick aus, muss ich sagen. Wenn man mal so bedenkt, er ist ja... Ja, das Alter macht einen kaputt. Okay. Okay. Alter, ihr. Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit wir euch zuletzt in diesen Mauern sahen. Wir brauchen eure Weisheit. Mehr als je zuvor. Hm, okay, die schließen sich mehr an. Tötet ihn! Tötet ihn sofort! Worauf wartet ihr noch? Ihr Narren! Er hat euch verhext! Unser Mentor ist zurück! Mein Ersbeck! Mein Ersbeck, Mentor! Für Abbas! Verschwindet! Ich kämpfe für euch! Für den Orden! Willkommen daheim! Führer bei den Tyrannen! Willkommen zurück, Mentor! Sie haben bei euch! Es war ein Anwesend. Er... Mit Tyrannen! Es ist mir eine Ehre, Mentor! Nieder mit den Tyrannen! Ah, still! Gemeinsam zum Sieg, Mentor! Willkommen zurück, Mentor! Befehlt euren Männern den Rückzug! Nein! Ich verteidige Masjaf! Würdet ihr nicht dasselbe tun? Ihr habt alles verraten, wofür wir stehen! Und alles Erreichte verloren! Alles! Einfach alles geopfert auf dem Altar eures Hasses! Und ihr... Ihr habt euer Leben damit vergeudet, diesen Apfel anzustarren und vom Ruhm zu träumen! Das ist wahr, Abbas! Ich habe viel von dem Apfel gelernt! Von Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft! Ich zeige es euch! Ich kann euch niemals vergeben, Alter, ihr! All die Lügen über meine Familie! Meinen Vater! Die Demütigungen, die ich erlitt! Es waren keine Lügen, Abbas! Ich war zehn Jahre alt, als euer Vater zu mir kam! Er war in Tränen! Bat um Vergebung für den Betrug an meiner Familie! Dann schnitt er sich die Kehle durch! Er hauchte sein Leben zu meinen Füßen aus! Dieses Bild werde ich nie vergessen! Nein! Doch er war kein Feigling, Abbas! Er erneuerte seine Ehre! Ich hoffe, es gibt ein Leben nach diesem! Dann... Treffe ich ihn wieder! Und erfahre die Wahrheit über ihn! Und wenn eure Zeit gekommen ist, finden wir euch! Und dann... gibt es keinen... Zweifel mehr! Tja... Haben wir geschafft! Und würde sagen... 100% ist nicht schlecht bei dem... Aber er hätte gedacht, okay, jetzt werde ich niederge... ... äh... ... von denen... Weil ja... Na gut, das Alter ist natürlich nicht die Hauptsache, warum ich dachte jetzt... Äh... Das Alter IA da doch noch versagt, aber hey... Es ist nun mal anders gekommen! Und... In der Direktion natürlich... Überraschend auch darauf! Da sieht man, dass man... ... selbst mit... 80 noch... ... kaufrisch sein kann! Was... ... Körper und Geist anbetrifft! Mit Geist meine ich jetzt nicht... Öh... Jetzt wird man für Geister, wenn man stirbt war! Geist meine ich, dass... ... was im Kopf stattfindet, Leute! Ach ja! Ne gut! Ein alter Mann und doch kämpfte er, um die Bruderschaft zu retten! In meiner Jugend hätte ich ihn Stur genannt! Heute bewundere ich seinen Mut! Die Assassinen waren sein Leben! Vom Anfang bis zum Ende! Er hatte kein anderes! Alles ist erlaubt! Jaja... Dank euch... ... werden wir immer stärker! Und ich würde mal sagen... ... heute mal eine komplett kürzere Folge... ... oder wie schaut's aus? Ich verklage ein Jahr, ne? Weil wir haben jetzt auch nur noch 9 Minuten und... ... ich werde nicht großartig da noch was anfangen... ... deswegen mache ich jetzt folgendes... ... und ich bewege mich über die Dächer, weil... ... ich habe mir jetzt ein paar... ... Spots rausgesucht schon... ... und natürlich muss ich mich da erstmal hinbegeben... ... so, das schöne ist, dass man über die Dächer relativ... ... hoppla... ... dass man über die Dächer relativ flott... ... von einem Punkt zum anderen kommt... ... so... ... bringt Informationen an die Öffentlichkeit... ... dass Tariq Baletti... ... ein Hauptmannschaft... ... in die Richtung müssen wir... ... der Peter muss noch... ... der Nummer 1... ... stellt dir komplett von Sinn... ... so... ... nein! Herr Rockler, oh Gott! ... ... moderne Bauherzigkeit hat viele Gesichter... ... so... ... jetzt wieder ganz schnell hier lang... ... also, es sieht aus wie folgt... ... wir gehen am Hafen jetzt mal hier lang... ... oh... ... der ist aber sehr gelenkig... ... ähm... ... ja... ... interessante Gedanken, wie die Frau da äußert... ... auch wenn die keine geäußert hat... ... weil ich hatte ja nicht direkt irgendwas geäußert... ... ich habe ja eher was da rein integriert... ... was gar nicht da ist... ... das geht mir dann wiederum live... ... nehm... ... ich gehe jetzt mal hier den Hafenbereich ein bisschen ab... ... da ist eine Kiste zum Beispiel... ... immer dasselbe hier... ... beim Boxen war dann nämlich irgendwie... ... nicht zurückgehalten von der Nevers... ... das... ... was ist denn mit der Kamera wieder los... ... egal... ... aha... ... ich hab doch nicht drauf... ... so... ... Entschuldigung, aber das muss jetzt mal kurz sein... ... so... ... Sprengfallen... ... das ist schon interessant... ... aber nicht das, was wir suchen... ... wir suchen ja die Datenfragmente... ... damit wir... ... am Ende des Desplays... ... nochmal diese... ... Zusatzdinger machen können... ... die ich euch schon mal... ... in einem Part gezeigt habe... ... falls ihr euch nicht erinnert... ... guckt einfach mal in die Playlist... ... und dann... ... wisst ihr da auch Bescheid... ... so, da ist eins der Fragmente... ... da kommen wir von der Seite ran... ... hopp hopp... ... hier rüber, hier rüber... ... hier rüber... ... dann gleich weiter... ... denn... ... jetzt schaut es aus wie es folgt... ... wir laufen die Mauer ab... ... weil wir hatten ja... ... beim letzten Mal nicht die Möglichkeit... ... durch diese... ... erhöhte Position... ... die bei einer Mauerstelle ist... ... das andere zu finden... ... äh... ... ob ich das... ... muss ich mal kurz suchen wo das ist... ... eventuell mach ich da einen schnellen Vorlauf... ... oder... ... ach dann ist gar nicht hier... ... das ist da unten, ne... ... ach wir sind komplett auf dem falschen Bereich... ... sonst ist es egal... ... wir suchen trotzdem hier ein bisschen ab... ... es kann ja auch gerne sein, dass hier... ... auf der Mauer was zeigen kann... ... kann... ... nicht muss, aber kann... ... nicht muss, aber kann... ... ok... ... das war dumm... ... aber... ... wir haben hier... ... sowieso nicht... ... gefunden... ... ich bin einer aus... ... ein Licht zu eurer Zeit gar nicht mehr... ... allem kann nicht mehr jemand... ... mal in die Kommentare schreiben... ... ob das vielleicht einer... ... der da eben gesagt hat... ... ich bin einer aus... ... ich bin... ... nicht... ... den Satz... ... ob das hier ein Sprecher ist... ... der... ... zufälligerweise auch für Anime synchronisiert hat... ... weil... ... mir die Stimme sehr bekannt vorkam... ... und würde mich gerne mal interessieren... ... das... ... zu wissen... ... ob das jetzt... ... wirklich so richtig wie ich denke... ... oh Gott... ... total wirrsch gesprochen... ... aber... ... ich glaube ihr wisst... ... im Endeffekt... ... was ich meine... ... einfach mal... ... einen kleinen Kommentar hinterlassen... ... ja... ... Anime-Sprecher... ... der und der... ... oder einfach nur... ... ein Kommentar mit... ... dem ungefähren Anime... ... woher das stammen könnte... ... die Stimme... ... so... ... wir begeben... ... woher... ... war... ... rüber... ... auf die andere Seite... ... aber so... ... es war ja spannend genug... ... jetzt mit dem Kampf... ... also... ... na gut... ... es war ja nicht echt ein Kampf... ... aber es war schon spannend... ... schon gesagt... ... was du wolltest... ... so... ... geh am Wassertrech... ... das... ... weil ich nicht schon mal... ... sagen kann... ... ich... ... nicht... ... 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 da sehe ich nicht ok dann begebe ich mich trotzdem mal in die Richtung weiter und wenn man hier auch nicht ist oder sein sollte damit ich gleich bescheid wird dann würde ich sagen beende ich die folge gleich mal, wir haben nämlich noch 3 Minuten und das ist nicht wirklich viel also ich finde hier jetzt nichts mehr ich würde sagen ich begebe mich noch auf irgendeine Terme und holen wieder einen schönen Screenshot am besten gleich auf den da vorne ach ja hier mit dem Assosin-Symbol ach hier, Sequenz 3, beendet da sind wir doch wieder oh, ich finde das immer so wirklich diese netten kleinen Clipses, wenn man mit ausgefahrener Hakenklinge da hinspringt ja, toll, ganz toll gechattert ach hier liegt es weiter, ok also wie gesagt, ich seite jetzt nur noch hier hoch auf den Turm nichts spannendes, als wäre jetzt schon ein Abfall, das möchte ich gerne machen ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, schöne Tage haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Charles, ich bin raus und ciao! bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal